so leute das immer wieder mit einer neuen runde 20 minuten bis zum sonnenaufgang ich habe jetzt die lautstärke noch mal ein bisschen reduziert hier auf 25 prozent jeweils man kann sie nur in viertelschritten hier einstellen mal schauen wie dann die tonabmischung wird immer im letzten praktisch ersten video beziehungsweise das zweite das ich aufgenommen habe war es ja ganz okay jetzt probieren wir mal mit einer viertel lautstärke hier machen den neuen run letztes mal haben wir es ja mit der spark blitz magierin wenn man so will ganz gut geschafft feuer und auch hier hinten ist die eis magierin auch schon geschafft und mit der luna die lässt so ein schwarzes loch entstehen die nahe gegner anzieht habe ich es auch schon geschafft sieht man an dieser markierung hier unten ich will jetzt unbedingt auch erstmal mit diamond schaffen sie ist die charakterin die mit sehr vielen lebenspunkten startet nämlich 7 und mit ihr kann ich mir vorstellen dass was mit der schrotflinte gut hinkriegt weil es gibt nämlich im spiel verbesserungen die sehr gut machen um dich herum das heißt du lässt die gegner nahe rankommen und machst dann entscheiden und die werden oft ausgelöst wenn du deine waffe nachlädt und die hat nur zwei schuss es muss die schrotflinte oft nachladen werden mal sehen ich habe übrigens in meinem ersten video an einer stelle mist erzählt ich habe gesagt dass die seltenen verbesserungen diese roten nur kommen können wenn du die verbesserungen in diesen kleinen trees ganz unten immer nimmst und das stimmt nicht bei manchen ist es so bei manchen roten verbesserungen also selten verbesserungen reicht es wenn du eine verbesserung in der ersten ebene nimmst also wo du dich zwischen links und rechts entscheiden kannst ja es muss nicht zwingend die ganz unten sein da gibt es auch rezepte im internet habe ich das eben letzt mal gesehen die könnte man sich jetzt auswendig reinziehen habe ich nicht um da das hier mit zu maxen auch von der schwierigkeit her ist es denke ich sinnvoll die zu kennen ich weiß nur die verbesserungen was ich haben will wie ich ungefähr die diamond spielen will da suchen wir uns hier auch noch eine verbesserung aus nämlich jedes wachstum aber das noch verbessern ne kostet zu viel dann auf der offensive seite vielleicht was ganz unten eine waffe tritt keine munition kann unendlich gegner durchdringen ja das klingt doch super das hier ist ja auch zu teuer okay dann können wir uns da in der unteren riege nix holen spielen mit ihr mit der shotgun den standard zu modus und ich versuche jetzt am anfang erstmal die dunkelheit 1 durch zu hauen einfach um es auch mal mit charakteren einfach durchzuschaffen weil es ist schwer genug und dann wenn wir auch die runen maximiert haben und genau auch wissen welche bild hier tatsächlich stark sind und die magier bild sind wirklich super stark machen wir hier im forest auf dunkelheit 1 so wir sind wieder hier der schild ist aktiv und wir holzen hier mal mit der shotgun rein genau jedes mal wenn wir die waffe nachladen entsteht so ein kreisförmige welle um uns rum das macht auch schaden ist eine beständige rune die wir freigespielt haben und macht eben schaden in meinem sichtbereich so und jetzt müssen wir gucken zum beispiel das hier nachdem deine kugel geschossen hast zerschmetter nahe gegner für 20 schaden das braucht man das braucht man also den gesundheitsbaum das ist ganz praktisch nach lade und bewegungsgeschwindigkeit und der fluch ist super gut weil wir hier unten prozentuale schadenserhöhung kriegen und da wir mit der shotgun spielen wollen wir diesmal auf alle fälle den waffenschaden erhöhen hier ist es so dass du extra schaden machst je nachdem wie viele lebenspunkte du zurzeit hast es passt weil wir wollen ja viele lebenspunkte haben und erhöhe deine max lp um 1 wenn du 500 gegner zerschmettert hast das ist gut also zerschmettern hilft uns am anfang gleich mal beim klären hier seht ihr diese schwerter die das aufploppen die ploppen in diesem helleren bereich auf also die gegner müssen in diesem helleren bereich sein evasive dodge das ist neu und das ist auch schon deswegen neu weil es ist noch nicht übersetzt dodge nimble tiny charaktergröße verringert bewegungsgeschwindigkeit your dodge chance is increased by bonuses to your move speed aha interesting okay wir nehmen aber das hier mit je schneller wir da 500 gegner zerschmettern desto schneller erhöhen wir unsere max lp aber immer wieder schön zu sehen wenn entwickler ihr spiel frisch halten daran arbeiten wir zum beispiel hier an diesen tatsächlich auch für mich überraschenden überraschende neue verbesserung habe ich jetzt nicht irgendwo gelesen oder gesehen dass da ein patch war aber anscheinend und wir kriegen schon was seltenes wenn heiliges schild nicht aktiv ist verringern gegner die zerschmettert wurden die regenerationszeit um eine sekunde ja why not geht ja hervorragend los hier die gegner fallen auch gut die shotgun macht gut schaden das zerschmettern macht den rest ja da ist mein schild weg aber diese seltene fähigkeit hilft uns schon hier aber bewegungsgeschwindigkeit und eile glanz ist doch super denn man das macht auch schaden in meiner sichtweiten bereich alle zwei sekunden das ist wie so eine schadens aura um mich rum wir müssen dann auch unbedingt unsere sichtweite und reichweite erhöhen wenn das kommt was ist das wieder was neues wenn schuldiger lässt immer also schuld auch der gale of wind gales 10 damage every what ja cool ich nehme aber die dunklen flüche mit dass wir hier auch runter kommen weil bei dem flug verbesserungen ist ja ganz unten dass wir pro verfluchten gegner unseren schaden erhöhen ich glaube nicht pro einzelnen das muss irgendwie stecken aber ihr wisst was ich meine wir wollen unsere shotgun möglichst erhöhen genau das seht ihr schon hier der clear speed ist schön angenehm das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht zerschmettern verursacht zehn mehr schaden das nehmen wir auf jeden fall mit das ist gut je nachdem wie viele lebenspunkte wir haben und wir wollen ja unsere lebenspunkte super erhöhen ich bin dann auch gespannt wie es dann läuft wenn es richtig voll wird hier ich habe mit der diamond noch nie geschafft ich hatte immer den eindruck dass es mit magie bild der schaden einfach ausreichend ist hier dodge ne wir machen das verdorren den fluchbaum brauchen wir auf alle fälle der glanz diese fähigkeit schaden alle zwei sekunden in unserem sichtbereich hat dann auch eine verbesserung dass glanz schaden unsere schüsse quasi imitieren dass wir unsere schüsse was auslösen löst das auch glanz aus und das heißt glanz kann fluch auslösen stark hier nachladegeschwindigkeit vorher wir machen eher den fluch luch ist dann quasi unser schaden neben unserer wandel zack da zerreißt alles unser schild müsste auch bald wieder da sein nein schon durch das zerschmettern bonus ja da ist das schild damit fühlt man sich schon gleich ein bisschen sicherer jawohl haut es alle gut um hier sichtweite erhöht also glanz wird öfter ausgelöst der schaden von glanz verursacht nur noch alle effekte deiner schüsse das meine ich das meint zum beispiel also für ihr stehe ich das fluch da kommt der erste kleiner repaus und durch die aoe schaden kann ich den jetzt ins visier nehmen praktisch schnell umgefallen und das was so von der seite und von hinten kommt wird durch meine aoe niedergestreckt erhöhe feuerrate und nachladegeschwindigkeit permanent und zimmer drin jedes mal wenn du getroffen wirst berserker wir werden stärker je öfter wir gehittert werden nice da ist wieder dieser wind wir nehmen jetzt aber die maximale lebenspunkte denn hier kriegen wir extra lebenspunkte und hier unten dass wir einen alle 90 sekunden heilen ähm super stark ja möglichst viele lebenspunkte zu haben macht ja allein schon defensiv sind und unser zerschmettern macht ja extra schaden je mehr lebenspunkte wir oben links haben ja ich bin nur gespannt so weit kam ich tatsächlich mit hier noch nie lass mich ähm da ist das schild weg ähm der flotten ist einfach doppelt so oft das ist dieser schaden hier seht ihr die zahlen diese 25er zahlen das ist glanz und diese schwerter wenn ich nachlade ähm ist das zerschmettern vielleicht haben sie ja noch was aoe eingefügt ich weiß es nicht der wind klingt halt interessant aber jawohl jetzt haben wir hier ritual jede zehnte also jede zehn gegner die durch fluch gestorben sind erhöhen deinen waffenschaden permanent um ein prozent super je früher man das kriegt jetzt sind wir gleich bei minute 15 das heißt das pferd kommt gleich das werden wir dann versuchen niederzuschießen ähm das einzige was ich mir vielleicht als magie holen werde ist das äh frost ähm weil es ja keinen schaden macht aber gegner kurz einfriert das ist halt man könnte sagen crowd control man könnte aber auch pur auf schaden gehen und halt die gegner schneller niederschießen ja könnte man auch machen ich weiß es noch nicht auf jeden fall fluch ist gut glanz und zerschmettern ist gut ja meine lebenspunkte sind gut so level up ist sowieso immer gut ah hier waffenschaden erhöhen unbedingt mächtiger schuss ja dass die shotgun auch mehr rein pumst da kommt es wert dem müssen wir jetzt auch ausweichen also so nicht der springt ziemlich weit da ist mein schild wieder das gut da trifft er mich nicht ja da ist er dort sehr schön so dass das dodge wieder äh feuerrate ja waffenschaden geht runter mhm abprallende schüsse ist aber eigentlich ganz gut minus 10 prozent ist nicht so viel ich würde die die feuerrate tatsächlich erhöhen ja so und wir kriegen beschwörungs schaden bräunig bewegungs geschwindigkeit erhöht man county mafia ich brauch kein beschwerung wenn dann hier bewegungsgeschwindigkeit nTIONAL Das ist praktisch, dass wir so Zwift sind. Dann können wir auch diesen Brandperk mitnehmen, dass wir Brandschaden machen, je nachdem wie schnell wir uns bewegen. Auch mit der schnellen Feuerrate sind wir hier Spide Gonzales geworden jetzt. So, und hier kriegen wir Reichweite, sehr nice. Das wäre auch nice. Abprallende Kugeln. Ich nehme aber die Reichweite, weil die Reichweite betrifft ja auch unseren Zerschmetter. Alles in diesem Umkreis nimmt den Schaden. Ja gut. Ja, stirbt doch gut. Stirbt doch gut alles. Der geht super schnell. Waffenschaden, Feuerrate ein bisschen verringert oder Gegner explodieren. Ich glaube, für so einen AOE-Schaden ist das ganz gut. Das ist auch gut. Aber wir müssen eher viele kleine noch umnieten. Das Splitter wirklich ganz praktisch. Ich muss echt aufpassen, ich bin so schnell. Ich will immer den Gegnern direkt vor das Visier laufen und bin dann selber überrascht, wie schnell ich jetzt gerade bin. Ja, das läuft. Ein Lunzen. AOE-Schaden, Brocken, weiterlaufen. So, und die Waffenschaden nochmal erhöht. Reichweite. Feuerrate, Projektilgeschwindigkeit, ein Schuss mehr. Projektilgeschwindigkeit, weniger Streuung. Ich mache den großen Schuss. Jawoll. Ich will meine Schotten gar nicht stark machen. Also noch läuft's. Minute 13 sind wir durch. Ähm, sie kommen mir ein bisschen nah, aber noch, wie gesagt, noch läuft's. Äh, hier. Waffenschaden durchdringen, Projektile durchdringen noch. Nun getötete Gegner ohne noch. Ich glaube, das wird jetzt stark. Jetzt schießen unsere Shotgun-Schüsse hier durch. Wir machen deutlich mehr Schaden. Genau, sehr schön. Und oben das volle Leben ist natürlich auch sehr beruhigend. Nimm mal kurz, bevor sie dich treffen würden. Doch nicht. So, ähm, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate. Äh, halt dich um einen LP. Das nennen wir mal nicht. Noch ein Projektil, mehr Streuung. Waffenschaden ein bisschen reduziert. Das ist halt gut. Oder das. In Richtung Nachladegeschwindigkeit. Ja, Nachladegeschwindigkeit ist Key. Wenn ich, äh, immer wieder nachladen muss. Ich habe mir das Schnellfeuer überlegt. Aber das ist ja eher was für so Waffen mit viel Schuss drin. Ja, ich brauche meine zwei starken Schüsse, die ich habe, schnell zurück. Dann kann mir nichts passieren. Und die große Reichweite ist auch so angenehm. Gleich die... Oh, da ist mein Schild weg. Aber da sind viele Gegner. Da bomben wir jetzt mal rein. So, ähm... Das nehmen wir eben nicht. Das würde unseren Schaden verringern. Das auch. Aber die Schüsse würden einmal abprallen. Das machen wir mal. Genau. Jetzt prallen die ab. Implizieren auch mehr von dem Fluch. Dadurch. Ja, läuft ganz gut. Das kriegen wir jetzt geschenkt hier. Elektromagier. Das geht halt in die Richtung einfach Elektromagie, Munition wiederherstellen. Nachladegeschwindigkeit um... Bla... Hopsasa. Nehme ich lieber den göttlichen Segen mit. Denn ich stelle ja auch meinen Schild schneller her. Und wenn ich dann durch den Schild Boni habe, negiert das ganz gut. So, 11 Minuten haben wir. Okay, der schnelle Schuss- und schnelle Nachladegeschwindigkeit taucht. Oh, was haben wir denn hier? Gegner, die vom Fluch umgebracht wurden, verteilen es weiter. Verteilen es weiter. Das heißt, mehr verfluchte Gegner. Das heißt, mehr Waffenschaden für mich. Das infizieren wir jetzt einfach an den nächsten Gegner weiter. Sehr schön. So, was kriegen wir jetzt? Hier, Reichweite und Sichtweite. Klingt nicht stark, aber mit Glanz und Zerschmettern ist es natürlich super stark. Und was XP einsammeln betrifft natürlich auch. Da unten liegt noch so viel. Das läuft. Das ist auch super stark. Erhöhe Waffenschaden und Feuerrate um 50 Prozent, wenn du getroffen wurdest, für 15 Sekunden. Da können wir tatsächlich auch mal ein Leben quasi hergeben. Wir lassen uns jetzt mal treffen. Und jetzt. Seht ihr, wie schnell er schießt? Sie schießt. Das ist dieses Berserker. Und wir haben jetzt auch durch hier, also das ist die Verbesserung, die wir gerade gekriegt haben. Und durch Berserker in der ersten Schatztour kriegen wir jetzt 10 Prozent, was war es? Bewegungsgeschwindigkeit, Nachlade, Geschwindigkeit, irgendwas, kriegen wir jetzt um 10 Prozent permanent erhöht. Einfach, weil wir einmal getroffen wurden. Und wir haben ja Heilmechaniken. Jetzt eine Minute, maximale Lebenspunkte plus 2. Das nehmen wir mit. Wir sind da doch aber ein bisschen größer. Seht ihr? Riesendame jetzt hier. Aber das macht ja nix, solange die Gegner nicht bis zu uns kommen. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwerer auszuweichen. Ja, ein bisschen schwerer hier durchzumanövrieren, weil wir jetzt dadurch auch eine viel größere Hitbox haben. Aber läuft ja hier. Was haben wir hier? Der Schaden von Ding wird verdoppelt. Hier, heile ein Lebenspunkt alle 90 Sekunden. Ich glaube, das ist stärker mit hier. So, jetzt haben wir uns einmal geheilt. Jetzt lassen wir uns hinten absichtlich. Jetzt sind wir immer noch voll. Lassen wir uns nochmal hinten. Dass wir die Leben heilen. Haben wir ja Mechaniken drin schon. Haben wir uns Verbesserungen schon geholt. Und diese permanenten Buffs zu bekommen, ja. Hier haben wir jetzt den intensiven Glanz. Feuerrate, Munition. Nachladegeschwindigkeit. Maximale Munition plus 2. Na, ich nehme lieber den Glanz mit. Weil, je öfter wir nachladen, desto öfter wird ja auch Zerschmettern ausgelöst. Okay, von diesen, ich nenne sie mal Tier 2 Gegnern, ja. Weil wir sind jetzt genau bei der Hälfte der Zeit angelangt. Die brauchen jetzt schon zwei volle Schüsse von der Shotgun, um tot umzufallen. Ja, aber wird noch ganz, ganz smooth, wird es noch dekliert. Wenn wir, äh, wieder voll geheilt sind, können wir uns auch wieder hitten lassen. Ne, on purpose, um unsere Berserker-Verbesserung wieder eins besser zu machen. Da wurde ich fast gehittet, der, der Monster bin ich noch fast in die Arme gelaufen. So, was kriegen wir hier? Ähm, halte ich um einen LP, genau. Das nehmen wir auch noch mit. Ach, ich weiß, der, bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ne, wir nehmen das, himmlisch. Dass wir uns heilen für jeden 500. Gegner. Jetzt wird es langsam ein wenig eng. Der Schaden muss ein bisschen hochgehen. Jawohl, da wurde ich gehittet. Das war nicht absichtlich von mir, aber die, äh, Verstärkung gerade nehmen wir natürlich gerne mit. Da unten ist wieder so ein Boss. Ein Leben haben wir regeneriert. An den Boss komme ich jetzt gerade so nicht dran. Da ist mein Schild weg. Da wurde ich gehittet. Ja, jetzt wird es schon langsam ein bisschen kribbelig. Aber nicht aufgeben hier. Da sind, boah, jetzt seht ihr mal, wie die alle da oben verflucht sind. Da wurde ich gehittet. Okay, jetzt kann ich hier den Schaden machen. Da wurde ich nochmal gehittet. Oh ja, hier sind viele Kugeln hier. Oh, ja, ja, ja. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen defensiver denken. Ich habe dem richtig Schaden machen können. Machen wir mal hier den Waffenschaden nochmal deutlich erhöht und Nachladegeschwindigkeit erhöht. Das genau brauche ich noch. Lass mich. Aber ihr merkt schon, der Zwischenboss hier hat jetzt da die Truhe fallen lassen. Da möchte ich hin. Diese ganzen Schießetiecher. Gehen wir ganz schön auf die Nerven. Wenn Diamonds Lebenspunkte bei der Hälfte oder weniger sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Erhöhen, durchdringen um plus zwei und Rückstoß um plus 25. Starker Wille. Also vor allem das Durchdringen ist dann stark. Wenn ich zu wenig Lebenspunkte habe. Aber generell profitieren wir jetzt durch die vielen Hits auch von der Berserker-Fähigkeit. Und wir sind jetzt schon mindestens fünfmal getroffen. Jetzt wird wieder getroffen. Und die Gegner kommen und kommen und kommen. Und es ist kein Ende in Sicht. Maximale Muni. Feuerrate erhöhen. Erhöhe die Nachladegeschwindigkeit um fünf Prozent für jeden getöteten Gegner. Erneuert sich nach einer Minute. Maximale Muni plus eins. Nehmen wir mal das. Jetzt kann ich nämlich dreimal schießen. Ja. Und mich hier so durchpressen. Ach, das ist ein Baum. Gar nicht gesehen, war lauter Gegner. Ich dachte so, hä, warum komme ich nicht weiter? Genau. Und jetzt haben wir hier die Massen. Und ich schieße mir hier irgendwie einen Weg durch. So, der AOE-Schaden reicht schon nicht mehr. Also Glanz und Zerschmettern. Schießt zwar. Infiziert alle mit so dem Fluch und so. Aber der Schaden ist jetzt nicht mehr so krass. Nachlädtere Geschwindigkeit, Schüsse mehr. Ein Shootinger Last Ammo. Das passt ja. Bewegungsgeschwindigkeit. Movement Speed. Wir sind super schnell. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Diesen Arrow Magic. Da kommt der Sturm. Ah. Nice. Dann laufen wir dem Sturm hinterher. Ich glaube, der fliegt irgendwo hin, oder? Ja, mal nach oben, mal nach unten. Das ist ein bisschen random. Aua, da wurde ich gehittet. Macht auch nichts. Wir haben super viel Leben. Mit allen anderen Charakteren wäre ich jetzt schon lange hin. Ja, ich habe schon so viele Hits kassiert. So, da ist der Frost. So, da ist der Frost. Die, die dann nachkommen, sind auch nicht zu verachten. Und mit jedem verfluchten, oder alle zehn verfluchte, getötete Gegner erhöht sich auch der Schaden unserer Shotgun. Ja, die wird dann richtig Bifi zum Schluss. Wir haben auch mittlerweile schon wieder ordentlich Leben regeneriert oben, seht ihr da? So. Das will ich nicht. Das sehe ich eigentlich auch nicht. Reichweite erhöht. Aufladen. Reichweite erhöhen ist immer gut für uns. Aufsammeln von der Munition. Okay. Machen wir mal. Das ist gut für unsere Glanz- und Zerschmetternschaden. Dass wir uns hier besser durchfuttern können. Jawohl. Immer mal wieder kommt uns einer ziemlich nah, aber wir schaffen es dann doch immer irgendwie gerade so. Weil eben die Nachladegeschwindigkeit und die Feuerrate hoch genug ist. Laufen wir jetzt hier so im Kreis, dann verlieren wir auch keine XP. Waffenschaden, Projektilgeschwindigkeit oder durchdringen. Ich glaube doch dringend ist jetzt tatsächlich besser. Vor allem gegen so viele kleine. Wir treffen einfach doppelt so viele Gegner. Da ist mein Schild wieder. Sehr gut. Und da ist der zweite Boss. Mit vielen Schießeviechern leider. Da ist er. Da wurde wir gehintet, oder? Ja. Ja. Wenn wir unsere Shotgun nicht mehr so streut, dann müssen wir auch nicht mehr so nah dran stehen. Das ist auch noch so ein Vorteil. Das passt schon viel zu klein. Gemüse stirbt so nebenbei. Aua. Da wurden wir gehintet. Aber die Leben sind halt super viele noch vorhanden. Der hält auch ganz schön was aus. Das war beim Magierbild nicht so lange hier. Das ist mir hier so doof manikrehen. Da haben wir wieder einen Hit kassiert. Da ist er down. Okay. Gut. Wir haben nochmal einen Hit kassiert. Aber ist ja wie gesagt bei ihr hier. Aua. Nicht so schlimm. Lass mich doch mal das hier aufnehmen. So. Waffenschaden, Projektilgröße durchdringen. Nice. Bewegungsschwindigkeit. Nah. Dann nehmen wir Wälzer der Kraft. Oh Projektilgröße einfach mal verdoppelt. Und durchdringen nochmal plus eins. So. Jetzt gibt es hier. Was haben wir hier? Maximale Lebenspunkte. Nochmal plus zwei. Titan. Nehmen wir mit. Dann wären wir halt zum. Echt zum Riesen. So. Stimmt schon. Da fressen wir uns mal durch. Weil das werden wir langsam zu viele kleine. Da wurden wir gehittet. Da ist die nächste Truhe. Erhöhe Waffenschaden und Projektilgröße permanent um 15 Prozent. Jedes Mal wenn du dich heilst. Okay. Heilung. So. Und hier durch die Mengen durchgraben. Töte Gegner unter 20 Prozent. Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit. Bewaffnet und bereit. Die Schüsse können jetzt super schnell raus. Die Nachladegeschwindigkeit ist auch super schnell. Aua. Da kriegen wir einen Hit. Aber jedes Mal wenn wir gehittet werden. Kriegen wir einen temporären. Oh da ist was. Temporären Buff. Und ja dieses permanente. Doch Berserker. Maximale Lebenspunkte minus eins. Deine Schüsse verursachen zusätzlich Schaden. Ja. Ein maximal LP können wir zahlen. Also wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn max LP. Komm gib mir ein Todeskugeln. Zehn Flat Damage ist halt. Da ist mein heiliger Schild wieder. Drei Minuten noch. Unsere Schüsse machen richtig Arbeit. So was haben wir hier? Bewegungsschwindigkeit ist increased. Okay. Ja. Machen wir das. Dann werden die Winde stärker. Und unsere Bewegungsgeschwindigkeit ist ja super schnell. Dann machen die Winde auch mehr Arbeit. Die Shotgun spielt sich mittlerweile wie ein Maschinengewehr. So schnell schießt die. Für jeden getöteten Gegner. Bewegungsgeschwindigkeit nochmal erhöhen. Nachdem du Erfahrungspunkte aufgesammelt hast, erhörst du noch mehr Speed auf Bewegungsgeschwindigkeit. Das passt zu deinem, zu meinem, äh, Wind. Nehmen wir auch ständig Erfahrungspunkte auf, ne? Dann sind wir hier super schnell. Und mittlerweile sind wir auch super groß und super tanky. Ähm, haben auch schon wieder ordentlich Lebenspunkte zurückgedient. Bin mir unsicher, ob die, äh, Munitionskapazität zu erhöhen gut zum Zerschmettern passt. Weil Zerschmettern wird ja ausgelöst, wenn wir den letzten Schuss verschießen. Was ist das denn? Ach, der, der Winddamage wird erhöht. Und das? Waffenschaden erhöht, Feuerrate erhöht. Nämlich. Nachladegeschwindigkeit erhöht, mehr, Muni, mehr durchdringen. Waffenbeherrschung. Ja, klar. Gib mir. Also, wisst ihr, äh, Zerschmettern, diese Schwerter werden ja ausgelöst, äh, wenn ich den letzten Schuss verballere. Und wenn es länger dauert, meinen letzten Schuss zu verballern, ähm, wird es ja weniger oft ausgelöst. Auf der anderen Seite schieße ich jetzt so schnell, dass ich meine mittlerweile sechs Shotgun-Schüsse, ähm, auch schnell rauskriege, ne? Also, das passt schon. Projektiergeschwindigkeit, Waffenschaden erhöht, wunderbar. Magie nehme ich jetzt, wie gesagt, absichtlich nicht. Genau. Nehmen wir den Scharfschützen mit. Habe ich da was gehittet? Entscheinen, mein heiliger Schild ist nicht da. So, huiuiuiui. Dadurch. So. So, dadurch. Nice, 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 nice. Nice, immer wieder diese Bäume, die dann plötzlich im Weg stehen, die man... Au, da habe ich was gehittet. So eine Kugel. So, was kriegen wir jetzt? Ähm. Nochmal, die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen? Tötungsmagazin erhöhen, den Nachleger. Ja, machen wir das, dann haben wir noch mehr. Also, dann merken wir die Nachlegergeschwindigkeit ja gar nicht mehr, schau dich das an. Uiuiuiui. Uiuiui. Aber mehr kennen wir ja gar nichts mehr. Die Winde sind auch ganz nice. Und diese Dodge, aua. Diese Dodge, also Ausweichchance, klingt auch interessant. Eine Minute noch. Würde mal gern wissen, wie viel von, äh, diesem Fluchschadens, äh, Bonus-Buff, ne, auf unsere Waffe mittlerweile drauf ist. Verdoppelt den Windschaden. Verdoppelt den Windschaden. Every two seconds. Machen wir. Ja, also probiert's irgendwo, ne, ne Zahl, ne Anzeige wär dann nice, ähm, wie viel, äh, schaden wir jetzt, äh, tatsächlich machen mit unserer Waffe. Also, wie viel das gebracht hat, ne, ein Prozent, alle zehn verfluchten Gegner, und hier sind immer alle verflucht. Da wurden wir gehittet, macht gar nichts. Na, wir werden ja kontinuierlich besser, 20 Sekunden, das kriegen wir hin. Uh, und nochmal ein Level up. Der Windschaden ist nochmal erhöht. Ah, Lemva. Lemva, brauchen wir jetzt nicht mehr auf Dodge gehen. Wenn, dann wollen wir ja gehittet werden, ne. Die Berserker auszulösen. Jawohl, da kommen wir hier so durch, da manövrieren wir durch. Zack, zack, bumm. Zehn Sekunden. Ja. Fühlt sich jetzt wie eine MG. Und fertig. Jawohl. Wir haben überlebt. Zweiter Versuch. Zweiter Win hier. Ähm. Nice. Diese permanenten Runen machen sich auch echt bezahlt. Hier. Die dich offensiv und defensiv eben stärken hier oben, ne. Schwert bedeutet hier offensiv, das sind die defensiven Skills. Jetzt können wir das Wachstum maximieren, das uns eben, äh, alle fünf Level um einen Lebenspunkt teilen. Und vier Prozent mehr Erfahrungspunkte pro Rang. Also kriegen wir jetzt 20 Prozent mehr Erfahrungspunkte. Stark. selber rausfinden, was könnte denn funktionieren, ein bisschen rumprobieren. Das macht ja auch, finde ich, den Reiz dieser Spiele aus. Dass man sich was überlegt, versucht und dann schaut, ob es klappt oder nicht. Und, äh, wenn ihr wollt, dann im nächsten Video wieder zusammen. Bis denne. Bis denne. Scheck поderół.